Ladies and Gentlemen, Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. So, es ist wieder einiges passiert und zwar nichts schönes. Um es kurz zusammenzufassen. Ich hatte euch schon in der letzten Folge oder vor der Folge, ich weiß nicht genau wann es war, erzählt, dass ich ein paar Probleme hatte die Maps zu laden. So, diese Probleme sind schon wieder aufgedaucht. Deswegen habe ich jetzt erstmal eine reduzierte FPS, keine Ahnung wieso. Habe ich jetzt erstmal ein paar Notmaßnahmen getroffen. Monsterfalle, sieht man jetzt ein bisschen schlecht, aber da hinten habe ich die Spawner reduziert. Ich habe, glaube ich, die ganzen Cave Spider Spawner abgebaut. Zombie habe ich reduziert, glaube ich, um zwei, die habe ich jetzt hier rein getan. Ja, zwei Zombie Spawner und hier sind noch zehn Cave Spider Spawner. Weil es ist schon wieder passiert, dass ein Mob nicht richtig spawnen konnte. Und ich hatte diesmal wirklich schon nicht nur einfach schnell peaceful und dann wieder normal und dann war dann... Alter, warum ist das so laut? Habt ihr das schon wieder bei mir, oder? Ja, anscheinend. Das ist aber auch langsam ein Ding geworden bei mir, oder? Auf jeden Fall. Ich konnte diesmal nicht einfach nur peaceful und dann wieder drauf und alles easy. War diesmal nicht drin. Ich hatte teilweise geguckt, dass ich die Backups geladen habe, bloß die Wand teilweise ist veraltet. Das wäre dann aufgefallen. Ich hatte echt geguckt, was ich machen konnte. Ich habe das Texture Pack nochmal rausgenommen und alles Mögliche. Ich habe geschaut, dass ich eine Kopie gestartet habe. Habe es dann irgendwie geschafft, aber ich weiß nicht mehr genau wie. Wie? Ja. Ich bin gerade am überlegen, wie ich das nochmal hingekriegt habe dann auf einmal. Ah, die ist fertig. Ich hatte mich jetzt da nochmal ein bisschen umentschieden mit den Bienen. Dazu komme ich aber gleich. Boah, ich bin gerade am überlegen, wie ich das hinbekommen habe. Was war das jetzt nochmal? Ich hatte auf peaceful gestellt, das weiß ich noch. Ich hatte... Meine Güte, ich habe mein Alzheimer gesehen. Boah, ich komme gerade echt nicht mehr drauf. Es tut mir leid, aber... Ich versuche mich nochmal später zu erinnern und versuche euch dann in einer der weiteren Aufnahmen zu erklären, was ich gemacht habe. Solltet ihr dann auch noch das gleiche Problem irgendwann haben. Und... Au, au, au... Jo. Ähm, ja, was hatte ich dann noch gemacht? Ich habe die Reaktoren, die waren komplett leer gepumpt. Halt, die waren wirklich komplett leer. Da habe ich noch ein bisschen die Lorium reingetan und hier noch das Uran. Dann habe ich mich mal geguckt, dass ich... Habe ich mich mal geguckt. Ähm, ich habe auf jeden Fall mal geguckt, dass ich hier die Erzverarbeitung ein bisschen schneller hinkriege. Und entweder dürft ihr jetzt gleich lachen oder ihr könnt sagen, war auch nicht schlecht. Ich habe jetzt hier oben nochmal eine Reihe Steam Engines reingeklatscht. Ich mache das mal ganz kurz auf. Na. Halt, hier nochmal ein neuer Nether Rack. Und dann sind hier die Steam Engines. Die werden auch noch mit Wasser überpowered. Habe ich jetzt auch genug. Dafür habe ich noch einen zweiten Aquios angeschlossen. Halt, das Ganze habe ich dann hier wieder mit Chef Chancen verbunden. Mit dann hier ein Bevel Gears, um das unten zu leiten. Zwei Steel Chefs. Und nochmal Bevel Gears an das hier anzuschließen. Und ich glaube das läuft jetzt schneller. Ich habe jetzt keine genaue Zahl, aber ich glaube so ca. 3-4 Sekunden ist das schon noch schneller. Ich glaube aber da werde ich irgendwann nochmal 2-3 Geweine anschließen müssen. Und gut. Dann zu den Bienen. Ich habe die eine Biene fertig hoffen lassen. Wir hätten jetzt normalerweise die kaltivierte Werfer fertig. Bloß mir ist aufgefallen, verdammt du hast ja gar keine Valiant. Deswegen bin ich mal auf eine andere Bienenart gegangen. Ich habe jetzt hier eine Tolerant Princess gemacht. Und ich muss mir selbst schauen, was ich mir daraus machen wollte. Eine Robust Queen. Ich glaube eine Robust Queen war das. Dann später mit der Imperial Princess Resiland. Ähm. Ja. Stimmt. Dann wolltet ihr auf die Lapis Queen gehen. Und dann hier ganz richtig provokant auf die Diamond Queen. Was die Diamond Queen macht. Die macht die in Diamond Comps. Und naja. Diamond Comps haben so Diamond Fragments. Und die geben in das Feld Diamants. Kann man aber machen. Ich meine Diamanten kann man immer gebrauchen. Auch wenn es Industrial Diamants sind. Vor allem ist es schuldig, die sind noch unifiziert. Also ich würde sagen, Diamanten können wir ja immer noch gebrauchen. Das haben wir ja in der letzten Fall gesehen. Auf jeden Fall. Ich habe schon wieder vergessen, was ich jetzt für eine Biene nehmen muss. Die Robust war aber die Tolerant und die Rocky Princess. Okay. Rocky. 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 Rocky Princess. Tolerant Princess. Können wir mal kurz weg tun. Dann heißt es Rocky Princess. Tolerant Drone. Robust Queen. Also das ganze zieht auch ordentlich Energie, wie man hier sieht. Ich jetzt mal einen Ender Generator reicht eigentlich nicht aus. Aber naja. Wir sind billig so, was wir machen konnten. Und ich bin gerade am überlegen, was ich eigentlich noch in dieser Folge machen könnte. Ich bin schon... Naja. Wow. Sechs Minuten schon. What the fuck. Ich habe jetzt echt kurz... Ich dachte wir wären irgendwie so zwei, drei Minuten erst drin. Ich fahre im überlegen, wie ich die Folge filmen kann. Und naja. Mir ist echt nichts eingefallen. Ahja. Hier habe ich noch ein Waterhift. Das muss ich noch aufmachen. Habe ich einen Scoop dabei? Natürlich nicht. Ich habe es nicht von... Ja. Lass mal den Scooperator MX2 in der Turbo machen. Aber die EU haben wir ja eigentlich. Lass halt jemanden machen. Ich will mal lösen, was der macht. Da habe ich wenigstens mein Ziel für die Folge. Und ich bin nicht so ganz blöd da. Naja. Blöd. Das tue ich eigentlich immer. Aber naja. Ihr wisst, was ich meine. Ich brauche erstmal ein paar Stiggis. 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 Ne, nicht mit selber. Mit 10. Haben wir echt so viel Bronze verbraucht. Ich habe auch der Fanatis schon eine große Leitung gemacht. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 2. Das ist aber sogar noch nicht so viel. Aber okay. So, der Scooperator MX200 Turbo ist ready. Was kann der Scooperator MX200 Turbo? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Anscheinend kann man den nicht im Generator aufladen. Kann man den eigentlich dann so? Ich kann das ja hier sein. Nein, 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 nein. Das ist jetzt so gefährlich. Verdammt. Und ich stehe wieder richtig schön blöd da. Ich liebe es. Ich weiß aber, was wir noch machen könnten. Und zwar haben wir jetzt hier einen Pink Slime Bucket. Ne, wir machen jetzt etwas anderes. Wir machen erst noch etwas ganz anderes. Und zwar machen wir uns erst einen Meatpacker. Ja, danke. Leerzeichen sollte schon dabei sein. Den Meatpacker. Der sollte eigentlich relativ schnell gehen. Wir brauchen dafür 4 Rigs. Das sollte eigentlich, wenn es aufgeteilt wird, schnell gehen. So und so. Was brauchen wir noch für den Meatpacker? Wir brauchen, da wird es dann Deception Call. Das Linden-Stil habe ich sogar noch. Habe ich ja eben gemacht. Ja, ich gehe da nicht so ganz unvorbereitet in die Aufnahme. Nur so halb. Äh, was suche ich jetzt eigentlich hier? Natürlich bin ich jetzt total Baller, Baller. Dann wollte ich mal ganz schnell hier was Platz machen, indem ich die Furiete wieder rausnehme. So und jetzt habe ich noch mal eine kurze Bitter an euch. Und ich wollte mal schauen, dass ich dann in einer der nächsten Folgen langsam mal mich ran wage an den Bedrock Breaker. Das ist ja schon mal ein bisschen gespoilert, aber das ist mir gerade egal. Ich hoffe euch auch. Bloß ihr kennt mich schon langsam. Ich bin der totale Flachpfeifer bei Rotary Craft. Und ich wollte euch mal fragen. Kennt irgendjemand von euch ein gutes Setup? Weil wenn ich das machen würde, da würdet ihr entweder was zu lachen haben. Ich meine, das gibt es so oder so wieder. Weil ich werde so bestimmt zwei, dreimal verkacken. Wort of Blue. Auf jeden Fall, ich würde mich freuen, wenn ihr die E-Mail mal in die Kommentare schreiben könntet. Wer sich da ein bisschen mit auskennt. Ich meine, so ein paar Pub-Up-Meimer kenne ich ja schon mittlerweile. Haben wir hier noch Robber? Ja. Dann machen wir mal gerade das. Hier. Weil ich hatte mich da einmal drangesetzt und es war eine totale Katastrophe. Ich weiß auf jeden Fall, dass man mit dem Magneto-Septic. Ja, jetzt müssen wir zum Trisschreiben. Dass man da was draushauen kann. Bloß sie müssen noch auf Tier 5, glaube ich, geuproletet werden vorher. Und naja, das ist ein bisschen... Also ich habe auf Tier 1 geschafft. Das ist ja noch easy. Aber Tier 2 hatte ich wirklich keine Ahnung. Ähm, ich schau mal, ob ich das gerade finde. Hier, Converted Tier 1 upgrade. Das sind ja nur Tenol-Crystals und HSLA-Stil. Das ist ja kein Problem. Ja, und Redstone in der Mitte. Aber beim 2. Hier, da werde ich schon nicht beklagekommen mit diesem Must-Be-Magnetize-to-720-Micro-Test. Was ist das to be used? Ich weiß, dass ich da die Chefquart, die hatte ich ja alles gemacht. Aber ich habe irgendwie gelesen, dass man die auch noch aufladen musste und so weiter. Und ich schlage mich tot. Auf jeden Fall, ich würde... Moment. Ich würde mich freuen, wenn da irgendeiner mal mir weiterhelfen könnte. Also, ich bin da eigentlich schon am Ende meines Lateins. Und da ich Lateins schon mal gar nicht kannte, wüsste ich, was das bedeutet. Nun gut. Machen wir jetzt erstmal hier weiter. Plastic Cheats. Meatpacker ist fertig. So, dann bräuchte ich noch ein Hardened-Energy-Conduit, ein Fluid-Duct und ein Item-Duct. Nehmen wir uns nochmal zwei Servus mit. So, dann reiße ich hier mal ganz schnell die beiden Tanks ab. So, dann wollte ich schauen. Ah, wo wollte ich den hinsetzen? Ich stoppe schon mal ein paar mehr Item-Ducts. Da haben wir ja noch ein paar über. So. Energie hätten wir da. Das ist sehr schön. Ach, ich mach das jetzt ganz einfach. Hab ich grad mal so gesehen. Wir haben ja jetzt hier schon eine Energieleitung. Dann setze ich hier den Meatpacker hin. Der füllt sich dann schon mal was mit Energie auf. Nee, dann mach ich... Ah, oder? Moment. Ich bin noch ein bisschen am überlegen. Also das werde ich dann auf jeden Fall schon mal so umlösen. Ihr seht grad ein seltenes Phänomen, ein Gloschbein überlegen. Wie man sieht, kann das nicht sehr gut. Das mach ich dann mal hier so ein bisschen rundherum. Und dann brauche ich dann noch ein paar Fluiducts. Ja, jetzt weiß ich, wie ich das aufbauen möchte. Muss ich halt für mein geistiges Auge erstmal so ein bisschen darstellen. Und naja... Ich glaube, das ist ein bisschen verständlich, oder? Wenn ihr euch auf der Pisch gehabt. Doof, 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 doof. Und das ist halt so. 1,3 mal X, servo. Dann den Screwdriver. Meat wird jetzt hier gerade rausgepumpt. Hier rein gefüllt. Das lasse ich dann hier rauspumpen. Und ich habe den Chest vergessen. Haben wir da noch eine drin? Das sollte eigentlich noch eine sein. Dann nicht. Dann machen wir so eben einfach schnell eine. Machen wir schnell eine Iron Chest hin. Oh, komm, machen wir sogar noch Gold Chest. Ja, das Sepunia Let's Play ist jetzt quasi schon vorbei. Das sollte jetzt eigentlich schon mittlerweile gemerkt haben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sehr es fortgeschritten ist. Aber ich glaube, so grundlegend sollte man es schon am Ende langsam gemerkt haben, dass es sich dem Ende nähert. So, und ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, muss ich sagen, weil, naja, ich habe da etwas geschafft, dass er die Betriebe wohl noch nicht geschafft hat. Ich habe das vielleicht mal die Polen jetzt zu Ende gemacht, dass es auch angeschaut wurde. So, auf jeden Fall, ganz kurze Erklärung. Hier kommt jetzt Warm Meat Ingots hin. Was sind das? Also, ihr seht ja hier die Kühe. Die haben da so gern mal so ein bisschen, wenn sie genug Weizen haben, haben sie aber auch nicht mal so allzu viel. Die Kühe nehmen das Weizen an, machen erstmal ein bisschen Amore, bla bla bla, lieben und so weiter, ficky ficky. Gender fallen dann hier runter. Wenn sie groß werden, seht ihr dieses wundervoll Exemplar. Kuh tot. Slaughterhouse hat hier zwei Tanks, einmal verflüssiges Fleisch, also Meat und Pink Slime. Pink Slime geht hier rüber und das Fleisch geht hier rüber. Fleisch wird dann in den Meatpacker weitergeleitet, der das Ganze zu diesen Barren presst. Diese Warm Meat Ingots können wir dann mitnehmen. Können wir dann wundervoll hier in diesen Ofen schmeißen, wo vorher das hohe Eisen gebraten wurde. Und wir haben ein Cooked Meat Ingot. Was ist der Cooked Meat Ingot? Wir können einen Cooked Meat Block machen. Oder Cooked Meat Nuggets. Ja, na was ist großartig daran? Naja, das ist eine Essensquelle. Also, quasi übersetzt, wir fressen das flüssiges Fleisch, was in Barrenform gepresst wurde, gebraten, von unschuldigen Kühen, die zwei Sekunden auf der Welt waren und sofort geschlachtet werden. Ein wundervolles Gefühl, nicht wahr? Alter, das ist eigentlich so krass von etwas krass widerlich, wenn du mal überlegst. Ist eigentlich mittlerweile mal die Biene fertig. Weil das würde ich gerne mit euch so... Ja, das war auch nicht mehr allzu lange. Wie gesagt, weil die Bienen würde ich gerne mit euch noch so ein bisschen leicht machen, dass ihr seht, dass ich es auch gemacht habe. Nicht, dass es dann heißt, Oh, der hat ge-cheatet! Weil ich finde, die Diabinen sind schon gar nicht mal so... Ähm... Naja, einfach. Ist schon ein kleinerer Weg dahin. Aber naja. Dann, wenn die... Wenn diese Diabinen fertig sind, wollte ich dann mit euch einmal ganz kurz noch die Industrial Pieris zeigen. Aber ich glaube, das wird heute nicht mehr der Fall sein. Alter, da ist ordentlich falsch drin. Das muss ich mal sagen. Ja, die Monsterfalle bleibt erstmal bei mir lieber was aus. Ich werde schauen, dass ich jemand anderes wieder anmache, weil das gefällt mir momentan nicht. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Na ja, wir haben auch momentan schon... Die Ressourcen sind offiziell ja da. Ja... Ich hätte auch mal überlegt, ob wir, wenn wir genug Knochen haben, dass wir dann vielleicht mal so... Warte, 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 warte... Kann man eigentlich auch... Kann das auch Bienen die Knochen machen? Oder Knochenmehl? Äh... Bone Comp... Skeletal... Frugal Dizzle... Ja, okay, das machen wir da jetzt auch noch. Dann halt ich jetzt mal die Klappe. Hehehe... Hehehe... So, was ist dann hier noch wieder? Alter, findet der... Kommt aber auch Zeug an. Also die Rockebeest... Das wird doch hier alles mal voll eingestartiert. Wir haben schon... 93.000 Cobblestones. 5349 dort. Ja... Kann sie mit arbeiten. Ja... Es kommen immer wieder keine Zepp... Es gibt... Eine Zepplinge... Habt jetzt momentan was? Hä? Ich frage erst gar nicht. Ja, das Zepplinge haben wir... Irgendwie krass viele verloren. Ich hab keine Ahnung, aber... Ich hab null Ahnung wieso. Ach, hier war das Zeug noch dran. Alter, wie viel kommt denn da an? Aber gut, die Folge ist jetzt schon... Ein bisschen länger wieder. 21 Minuten. Kann man mal mitmachen. Ich sag dann mal... Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, ihr kennt das blablabla... Alles unten in die Kommentare. Und ich sag dann schon mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe diese Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es dir leid. Let's play Minecraft Tech World 2. Bis dahin. Tschüss.